Zur Diskussion und Schlussfassung über sonstige Anträge. Der erste Antrag ist der X03, Transparenze, Finanzen des Landesverbandes. Antragsteller ist Pavel und Martina. Untertitelung des ZDF, 2020 Ja, Martina und ich haben einen Antrag formuliert zum Thema Transparente Finanzen des Landesverbandes. Ohne den Text jetzt, obwohl er ist relativ kurz. Also wir möchten beantragen, dass der Landesparteitag möge beschließen, den Landesvorstand zu beauftragen, sobald wie möglich, spätestens bis zum 31.01.2016, die fortlaufende und zeitnahe Veröffentlichung der Finanzbuchhaltung des Landesverbandes unter Finanzen, Piratenpartei.de, sicherzustellen. Dies schließt auch die historischen Zahlen mindestens seit dem 01.01.2012 ein. Ein Link zu dieser Veröffentlichungsplattform ist unter Piratenpartei.hessen.de dauerhaft zu veröffentlichen. Die Idee dahinter ist, dass es momentan leider nicht möglich ist, wie durch andere Landesverbände mittlerweile gepflegte Übung, die hessischen Finanzen über dieses bereits bestehende Finanzportal der Piratenpartei einzusehen. Das steht für uns beide so ein bisschen im Widerspruch auch zu unserer üblichen Transparenzforderung. Dass wir selbstverständlich an anderer Stelle teilweise Daten veröffentlichen, ist zwar sehr schön, allerdings ist es natürlich auch eine Geschichte, dass man quasi dort auf eine einheitliche Art und Weise, die auch relativ komfortabel ist und die, wie ich glaube, auch zukünftig vermutlich mal weiterentwickelt werden wird, diese Daten dann einsehen könnte. Ja, das ist es dann im Prinzip auch schon, weswegen wir die Fristen dort mit reingesetzt haben. Es geht so ein bisschen darum, quasi hier nochmal einen verbindlichen, priorisierenden Auftrag zu setzen. Selbstverständlich kann ein Landesvorstand sich einer solchen Sache auch ohne eine Beauftragung durch den Landesparteitag annehmen. Ich glaube aber, dass das Thema so wichtig ist, dass im Prinzip hier durch das höchste Organ des Landesverbandes ein solcher Auftrag formuliert werden sollte. Punktlandung. Gut. Meinungsbild. Wer kann sich vorstellen, diesem Antrag zuzustimmen, respektive ihn abzulehnen? Das Meinungsbild ist positiv. Wir kommen zur Aussprache. Verständnisfragen voraus. Schoko. Damit ihr wisst, um was es da eigentlich geht. Diese Plattform wird einmal in der Nacht automatisiert aus der zentralen Buchhaltung gefüttert. Das heißt, das eigentliche Freischalten ist nicht das Problem. Was aber natürlich dann nur der jeweilige Schatzmeister oder die Schatzmeisterin beantworten kann, ist, inwieweit die Zahlen in zentralen Buchhaltungen zeitnah konsistent sind. Weil wenn da natürlich zwischenzeitlich, weil jemand nur schwungweise bucht, je nachdem, wie die eigene Zeiteinteilung ist, wird das natürlich dann auch veröffentlicht, wenn da was Seltsames drinsteht. Das muss klar sein. Ich habe eine kleine Anmerkung. Der letzte Satz ist schon umgesetzt worden. Der Link ist schon online. Seit Eintragseinstellung. Ich kann ja jetzt mal als jetziger Schatzmeister halt was dazu sagen. Also ich werde für diesen Antrag stimmen. Die Sache ist halt die Frage, wie aktuell sind diese Zahlen. Das heißt, es wird nicht tagtäglich gebucht. Das ist klar. Das ist halt dann im Rahmen des jeweiligen Schatzmeisters. Ob er jetzt sagt, ich buche aber nur einmal im Monat, weil sonst bringt mir das nichts. Das ist sonst großer Zeitaufwand. Das heißt also, es ist wirklich die Sache des Schatzmeisters, dann halt wirklich zu sehen, wie aktuell die Zahlen sind. Das steht dort ja auch nicht drin. Das heißt, ich habe mir diese Plattform angeschaut. Es gibt Landesverbände. Lothar, ich lüge glaube ich nicht. Da steht für 2015 Null drin. Das heißt, für 2015 sind noch keinerlei Buchungen getätigt. Und in dem Sinne, den Antrag finde ich gut. Es ist aber immer im Rahmen des Schatzmeisters, wie aktuell er diese Zahlen hält. Das gibt dieser Antrag nicht her. Das heißt theoretisch, die Zahlen, die jetzt online gestellt werden würden, wäre 30.09. Die Frage ist halt, wenn jetzt der Schatzmeister aber erst Lust hat, im Dezember wieder zu buchen, bleiben die Zahlen am 30.09. weitere drei Monate drin stehen. Also das bietet halt diese Plattform, also dieser Antrag nicht, halt zu sagen, die Zahlen... Bitte keine inhaltlichen Wiederholungen. Also ich werde dazu stimmen, aber die Frage ist halt, wie aktuell die Zahlen sind. Hallo, kurze Bemerkung zu dem Antrag. Der jetzige Schatzmeistervorstand soll ja für vier Jahre diese Daten nachpflegen. Wer soll sich diese Arbeit immer antun? Und daher schlage ich vor, dass man das so abendet, dass... Das ist keine Nachpflege, wir buchen seit 2012 einen Sage. Das heißt, es ist da, es muss nur online gestellt werden. Der Antragsteller möge mal den Begriff zeitnah erläutern. Letztendlich ist der Begriff dort nicht hart im Sinne von sofort, wie der Jurist dann sagen würde, ohne schuldhaftes Zögern, sondern eben halt als zeitnah formuliert worden, am Ende des Tages... Und da kommen wir jetzt vielleicht gleich gerade noch zu einem Punkt. Bin ich in der Entgegnung oder ich beantworte gerade eine Frage? Gut, da wäre ich dann letztendlich auch nochmal im Schlusswort drauf eingegangen. Die Zeitnähe ist natürlich eine Geschichte, die wir als Mitglieder in der Beurteilung auch nicht zuletzt der Arbeit unserer Schatzmeisterei dann nach eigenem Ermessen beurteilen können. Gibt es weitere Fragen? Dann hast du das Schlusswort. Ja, also dieser Antrag war, und das freut mich, dass Janett als neue Schatzmeisterin das offensichtlich auch so sieht, nicht in irgendeiner Form als Angriff auf bisherige Praxis zu sehen, sondern sollte hier nun einem Umstand abhelfen, wo wir, wie wir die beiden Antragsteller glaubten, so ein bisschen hinter unseren eigenen Erwartungen zurückblieben oder eigenen Forderungen. Transparenz in dem Kontext heißt ja nicht zwingend, dass ich sozusagen sekündlich sehen kann, was auf Konten passiert. Wenn da was passiert, sehe ich das natürlich, aber ich sehe im Zweifelsfall eben halt auch, das wäre ja dann ein Warnsignal für jedes buchungsbefähigte Mitglied, sich dann an seinen Schatzmeister zu wenden, wenn eben halt dort mal zwei Monate nichts passiert, dann darf man ja ruhig Unterstützung anbieten. Also mit anderen Worten, wir haben dann auch dort eine Transparenz über unser Verwaltungshandeln als solches und ich denke, dass das eine grundsätzlich begrüßenswerte Eigenschaft für den Landesverband wäre. Dankeschön. Dann kommen wir zur Abstimmung. Wer stimmt für respektive gegen diesen Antrag? Der Antrag braucht eine einfache Mehrheit und die ist erreicht durch Einstimmigkeit, ne, fast Einstimmigkeit. Der Antrag ist angenommen. Herzlichen Dank. Wer darf stehen bleiben? Wir kommen zu vier Anträgen. Das ist der X09, X02, X07, X08 aus dem Themenbereich LGS. Antragsteller sind der Knut, der Pavel und zweimal der Protter. Bitte die Antragsteller auf die Bühne. Zweimal. X07 ist von dir und X08 ist von dir. X08 ist konkurrieren zu X02 ergänzend zu X07. Da stehst du aber drin. Dann klären wir das. Im Zweifelsfall hat der Antragsteller ja recht. Ja, so weit würde ich nicht gehen, dass der Antragsteller weiß, was er beantragt. So, X08, ich gucke mal eben nach. Antragsteller ist Knut. Ich bitte um Entschuldigung, werde das natürlich umgehend ändern. Aber nichtsdestotrotz, der erste Antrag X09 ist auch Knut. Bitte fangen wir mit an. Hallo. Es gibt ja den Antrag, die Geschäftsstelle zu schließen. Halte ich für nicht besonders sinnvoll. Aber ich möchte, dass eine Geschäftsstelle von den Piraten möglichst viel Akzeptanz erfährt. Und ich finde es sinnvoll, wenn sich eine Gruppe findet, die sich um eine bessere LGS bemüht. Und ja, ich möchte ganz gerne, dass der Parteitag beschließt. Und die Leute, die hier auch das Kärtchen heben, sollten sich auch überlegen, gegebenenfalls an dieser Projektgruppe teilzunehmen. Das würde ich mich freuen. Ich denke mir, jeder andere würde sich auch freuen. Bitte nehmt den Antrag an und lasst uns gucken, dass man etwas Besseres findet, mit dem mehr Leute zufrieden sind. Danke. Es gibt einen Geohantrag. Ich frage noch mal kurz nach. Es wird hier eine Konkurrenz behauptet von X09 zu drei weiteren Anträgen. Ich kann die inhaltliche Konkurrenz in der Form aufgrund des Antrages nicht erkennen. Ja, er beschäftigt sich mit dem Thema Geschäftsstelle. Er will eine Gruppe gründen. Er sagt aber zu der Geschäftsstelle und schließe nichts aus. Und demzufolge kann ich eben keine Konkurrenz erkennen. Das stimmt dahingehend. Aber wenn der Antrag konkurriert zu X08 ist, X08 ist eine Ergänzung zu X7. X7 ist konkurriert zu X2. Dann sind die miteinander konkurriert. Also wenn der Antragsteller einen Antrag konkurriert sieht, müssen wir den Konkurrieren behandeln. Wunderbar, wunderbar. Danke, dass wir das machen. Ja, bitte schön. Man kann auch tatsächlich die Konkurrenz in der Europäischen Union erkennen, dass der eine Antrag möglicherweise sagt, wir schließen die Geschäftsstelle. Basta. Und ein anderer Antrag sagt, nein, wir reden darüber nochmal. Was wir auch immer in der Zwischenzeit mit der Geschäftsstelle machen. Ohne das jetzt in Dialog auslassen zu lassen. Ja, 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 aber noch mal eine Anmerkung. Dass wir eine Geschäftsstelle, die wir derzeit haben, schließen, heißt noch lange nicht, dass wir eine Geschäftsstelle, die wir in der Satz vorsehen, im Rahmen einer Projektgeschäftsstelle nicht konzipieren können und dann eine neue Geschäftsstelle suchen können. Es gibt sozusagen keinen Inhaltszusammenhang, außer dass Sie sich um das Thema, den Themenbereich Geschäftsstelle drehen. Aber ich habe verstanden, wie gesagt, und deswegen jetzt keine weiteren Auslassungen von mir, dass Knut es so sieht, dass es dort eine Konkurrenz gibt. Wenn Knut das so sieht, dann ist das für mich absolut okay. Alles klar. Super. Dankeschön. Und davon abgesehen, selbstverständlich darf jeder Pirat im Rahmen seiner Mitgliederrechte und Pflichten sich jederzeit um jedes Thema, was die Piratenpartei bewegt oder bewegen könnte, äußern, tun und machen. Daran knüpft sich quasi meine Frage an. Wie genau soll die Unterstützung aussehen? Wie genau soll die Unterstützung aussehen? Die Unterstützung... Kleinen Moment mal eben. Wir waren jetzt erstmal bei der Situation, dass erstmal die Konkurrenzsituation geklärt werden muss. Fragen kommen, wenn alle Anträge vorgestellt sind, die dazu in Konkurrenz stehen. Und dann... Genau. So, und dann bitte ich als nächstes den X02 vorzustellen. Das ist Pavel. Ja, äh, der X02. Können wir klein wenig hochgehen? Perfekt. Dankeschön. Der X02 ist relativ knapp und kurz. Der Landesparteitag möge beschließen, dass die Landesgeschäftsstelle aufgelöst wird. Die Auflösung ist unter Einhaltung bestehender Verträge frühstmöglich durchzuführen. Zur Begründung. Wir haben gesehen, dass eine Nutzung der derzeitigen Geschäftsstelle in ihrer Lage und Ausstattung nicht in dem Maße stattfindet, dass die damit einhergehenden Kosten gerechtfertigt sind. Lagerung von Unterlagen und ähnliches, was jetzt, wenn eine solche Geschäftsstelle eben frühstmöglich wegfallen würde, natürlich erstmal ein vordringlich zu lösendes Problem sein würde, ist anderweitig zu organisieren. Da würde dann beispielsweise, das ist auch, denke ich, mit dem derzeitigen Frankfurter KV-Vorstand vorgesprochen, auch temporär, könnten da Räumlichkeiten des KV-Lagers genutzt werden, wenn das gewünscht ist. Verwaltungstätigkeiten, die für den Landesverband zu erbringen sind, rechtfertigen unseres Erachtens nicht das Aufrechterhalten einer Büroräumlichkeit in der derzeitigen Form. Und deswegen haben wir diesen relativ einfach und klar formulierten Antrag gestellt. Das bedeutet im Übrigen nicht, dass wir uns prinzipiell gegen eine Landesgeschäftsstelle, wie in der Satzung vorgesehen, hier aussprechen, sondern es ist hier ausschließlich die Rede von der Landesgeschäftsstelle, so wie sie derzeit besteht, für die es kein Konzept gibt, für die die Nutzung so in den letzten Monaten unter Beweis gestellt hat, dass es eben halt eigentlich nicht zu rechtfertigen ist, warum wir dafür weiterhin Mittel in erheblichen Umfang einsetzen sollten. Dankeschön. Der X07, Rotter, du hast das Wort. Ja, bei meinem Antrag geht es um eine konstruktive Alternative zu dem Antrag von Pavel und Martina. Hier geht es ganz konkret darum, dass eine Nachfolgelösung geschaffen werden soll für die aktuelle Landesgeschäftsstelle. Nachfolgelösung kann in diesem Fall heißen, eine neue Landesgeschäftsstelle gemäß Satzung oder eine sonstige Lagermöglichkeit, die entsprechend die Anforderungen an eine sichere Lagerung der Dokumente und Unterlagen erfüllt. Damit keine Begründung ist einfach, es soll kein Interpretationsspielraum entstehen, dass die Mitglieder des Landesvorstands unterlagen, was sich zu Hause lagern, wie es in der Vergangenheit mal üblich war. Dankeschön. Wir kommen dann zum Antrag X08. Knut, ich habe damit ein Problem. Da wirst du dich entscheiden müssen. Entweder ist konkurrierend zu X02 oder er ist ergänzend zu X07. Da X07 konkurrierend zu X02 ist, kann er nicht ergänzend sein zu X07. Sonst ist dir die Konkurrenzsituation nicht auf. Also möchtest du ihn konkurrierend oder ergänzend? Ergänzend. Alles klar. Dann wird er jetzt zwar behandelt, aber nur abgestimmt, falls X07 die Mehrheit erreichen sollte. Erfolgt mir kurze Vorstellungen? Ja, quasi jetzt. Nee, nee, mach das nicht. Hallo. Ein, über Vorteile oder Nachteile kann man immer streiten. Das ist auch alles eine Frage des Preises. Das wissen wir alle. Aber die bestehende Landesgeschäftsstelle hat einen entscheidenden Vorteil. Es ist eine Möglichkeit mit Postservice, das heißt die Pakete einschreiben oder sonst was, werden angenommen. Es ist nicht so wie in der alten Sachsenhäuser LGS. Das entweder machen es Nachbarn oder man wartet dreiviertel Stunden auf dem nächsten Postamt. Das ist eigentlich auch eine unzumutbare Geschichte gewesen. Das heißt, in dieser LGS besteht die Möglichkeit, dass für uns Post angenommen wird, ohne dass von uns jemand da sein muss. Und gleichzeitig bietet diese LGS auch einen Konferenzraum für 20 Personen, der jederzeit, also Tag und Nacht, eigentlich verfügbar ist, wenn man kurzfristig Bedarf hat. Und ich denke mir, diese Sachen sind wichtig. Und aus dem Grunde würde ich euch bitten, in dem Moment, wo wir was Neues suchen, auch darauf zu achten, dass dort das Ganze vorhanden ist. Und im Endeffekt nochmal auf die Kosten zu kommen, die Kosten für Miete, Nebenkosten und Strom belaufen sich momentan auf 5.400 Euro im Jahr. Danke. So, dann bitte ich die Antragsteller bitte auf die Bühne und wir kommen erstmal zum Meinungsbild. Das Meinungsbild frage ich jetzt ab. Wer ist für den Antrag, oder wer kann sich vorstellen, dem Antrag X02, wie er auf dem BIMA ist, zuzustimmen? Bitte nur die grüne Karte. Danke schön. Wer kann sich vorstellen, dem Antrag X07 zuzustimmen? Die grünen Karten nach Möglichkeit so halten, was sie zu mir zeigen, dass ich sie auch sehe. Danke. Und wer kann sich vorstellen, dem Antrag X08, Entschuldigung, X09, so, doch, egal, X09 zuzustimmen? Dankeschön. Ich teile mit, dass dem Antrag X07, die Mehrheit hat gefolgt von X09, gefolgt von X02 in der Zustimmung. Wir kommen zu Fragen zu den Anträgen. Wie gesagt, X08 wird separat bei Herr Müllwald Ergänzung. Ich hätte mal eine Frage, eigentlich gar nicht an die Antragsteller, sondern ich hätte gerne eine Frage an unseren neuen Vorstand, der ja den Scheiß darauf verwalten und abarbeiten muss. Wie hätte er es denn gerne? Also, vielleicht kann ich ja als Generalsekretär was dazu sagen. Ich war ja in der Vergangenheit auch schon mal Beauftragte für die alte LGS von Frankfurt Sachsenhausen. Also, wir haben uns damals bereits um Definitionen von Kriterien an eine Nachfolgerlösung für die Sachsen-Häusener Geschäftsstelle gekümmert. Also, das Thema ist mir insgesamt nicht neu. Die Jeanette war mit dabei, jetzt als Schatzmeisterin. Also, wir haben und der Alex war teilweise auch mit dabei. Also, wir haben Leute dabei, die das Museum-Thema bereits befasst haben in der Vergangenheit. Ja, was war jetzt die Frage? Die Frage war, wie du das siehst und ihr das seht als Kollektiv. Also, ich kenne jetzt nicht die Meinung der anderen Vorstandsmitglieder. Du, dann die anderen. Meine persönliche Meinung, ich möchte gern schon eine Geschäftsstelle weiter haben, schon allein um einen, ja, kostenfreien oder kostengünstigen Konferenzraum anbieten zu können. Nur ist die Lage nicht optimal. Entschuldigung, die nächste Frage, Verständnisfrage. Wenn die nicht beantwortet ist, bitte stell die dann hinterher nochmal an, aber eine Verständnisfrage. Ich verstehe nicht, warum der X09 konkurriert, hört ihr zu kurz? Das wäre lieb. Hauke. Warum der konkurrierend zu den anderen ist. Es sei denn, ich interpretiere den X09 so, dass mit Gründung dieser Projektgruppe quasi die Auflösung nicht vollzogen werden soll. Ansonsten sehe ich den nicht konkurrieren. Wir können natürlich parallel auch eine Projektgruppe gründen. Ich müsste mit ihm ja mal erklären, warum der konkurrierend ist. Also ich möchte das so sehen, dass aufgelöst ist schnell, ratz, ratz, aus. Aber die Projektgruppe ist eigentlich, wenn man eine LGS weiter betreiben möchte, was aus deinem Antrag nicht ganz so rauskommt, Pavel, da geht es ja nur um die alte LGS. Und das auch um Nachfolgelösungen zu suchen, dass es natürlich sinnvoll ist, das auf möglichst breiter Basis zu machen und auch die Basis mit einzubeziehen. Und deshalb Projektgruppe, damit die Arbeit nicht nur am Vorstand hängen bleibt, sondern dass der nur beratend und gegebenenfalls finanziell unterstützend dort eingreifen kann. Wie werdet ihr das? Also wir haben die Möglichkeit, entweder zu sagen, wir lösen die Geschäftsstelle auf oder wir machen eine Projektgruppe. Wieso kann ich nicht die Geschäftsstelle auflösen und eine Projektgruppe machen? Weil die Idee dahinter steht, weiterhin eine Geschäftsstelle zu betreiben und beim Antrag von Pavel geht es in erster Linie um Auflösung. Bitte? Noch mal eine Verfahrensfrage. Das kam vielleicht vorhin. Ich hatte gleichlautend schon gefragt, vielleicht nicht rüber. Es mag ja sein, dass Knut die Konkurrenz sieht und er hat noch einen zweiten Antrag, um gleich sozusagen, der tatsächlich in Konkurrenz steht, gestellt. Gibt es eine Möglichkeit, die Versammlung zu fragen, wie weit sie eine Konkurrenz sieht zwischen X09 und den anderen Anträgen? Weil ich sehe inhaltlich diese Konkurrenz immer noch nicht und ich würde im Übrigen gerne tatsächlich in einer Form abstimmen, dass ich einem der anderen drei Anträge zustimme. Da habe ich jetzt eine Präferenz, weil ich einen davon selbst gestellt habe, aber X09 ist sicherlich ein Antrag, dem ich gegebenenfalls auch zustimmen könnte und ich sehe die Konkurrenz immer noch nicht. Deswegen die Frage, könnt ihr als Versammlungsleitung die Versammlung befragen, ob eine Konkurrenz gesehen wird oder nicht? Im Grunde genommen kann jeder die Versammlung befragen. Das Tool dafür heißt Meinungsbild. Ob der Antragsteller dem Meinungsbild dann folgt, ist seine Sache. Hauptsache ich bin bei dir, weil ansonsten ändert sich hier nichts. Also dann hätte ich gerne ein Meinungsbild, inwieweit die Versammlung eine Konkurrenz, also sieht die Versammlung eine Konkurrenz zwischen X09 und den anderen hier aufgelisteten Anträgen. Also sieht die Versammlung eine konkurrierende Situation zwischen X09, 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 X09 und X07, Sondern? Meine Formulierung war, sieht die Versammlung eine konkurrierende Situation zwischen X09 und den anderen Anträgen. Die X09, 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 X09. Gut, okay. Das Meinungsbild ist nahezu einstimmig negativ. Selbst vom Antragsteller? Das ist faszinierend. Mag der Antragsteller eine Änderung seines Antrags hinsichtlich der Konkurrenzsituation sehen? Inwieweit? Das kannst du dann bei der Antragstellung machen. Die Konkurrenzsituation ist damit aufgehoben und wir behandeln den Antrag. Wir behandeln jetzt den Antrag X02 und X07, welche in Konkurrenz miteinander stehen. X08 ist eine Ergänzung und wird nur behandelt, wenn X07 die Wahl gewinnt. X02 und X07. Vielleicht um mit einem prinzipiellen Missverständnis auszuräumen, das meine beiden Konkurrenzantragsteller hier befallen hat. Nur weil ein Auftrag an den Landesvorstand einfach formuliert ist, nämlich löst diese Landesgeschäftsstelle auf, heißt es nicht, sonst hätte ich nämlich einen Satzungsänderungsantrag noch gestellt und ähnliche Dinge, dass über eine Landesgeschäftsstelle als solche, so wie in der Satzung vorgesehen, durch den LAFO und durch Befragung von Mitgliedern und Diskussionen etc. pp. So wie wir Piraten das üblicherweise machen, wenn wir zu einer Entscheidung kommen wollen, danach nicht weiter gesprochen werden sollte oder auch muss. Mir ging es hier nur um einen ganz klaren Auftrag, ohne es jetzt hier mit wilden anderen Themen zu überlagern, der einfach sagt, pass auf Freunde, so wie es jetzt läuft, geht es nicht. Macht hier einen Stopp ran und überlegt euch, was dann zu tun ist. Danke. Gut. Das war jetzt quasi ein Schlussstatement, aber es war zu verprüht, weil wir waren mit den Fragerunden noch nicht zu Ende. Aber das kann ich dir schlecht vorwerfen, ich habe ja geniegt. Machen wir weiter. Verständnisfrage. Wo steht in der Satzung, dass wir eine LGS haben müssen? Nicht, dass wir müssen, wir können. Genau, weil es steht ja nur drin, dass die LGS vom Vorstand beauftragt wird, aber laut Satzung brauchen wir sie nicht. Ich nochmal, die Satzung gibt uns oder dem Vorstand vielmehr das diskretionäre Recht darüber zu entscheiden, ob es eine Landesgeschäftsstelle gibt oder nicht. Allerdings ist das Konstrukt Landesgeschäftsstelle in der Satzung als Begriff eingeführt. Der Landesverband kann selbst entscheiden mit den dafür privaten Mitteln, ob es eine solche geben soll und ob es dafür eine Notwendigkeit gibt. Der Umstand, worauf ich verwiesen habe, ist nur dadurch, dass wir bei Zustimmung zu diesem Antrag die derzeitige Geschäftsstelle abwickeln. Heißt es nicht, dass wir nicht eine andere haben können, sondern es heißt schlichtweg, dass wir uns von der derzeitigen Landesgeschäftsstelle trennen. Eine Verständnisfrage, nur um mich seelisch und moralisch darauf einstellen können. Du hast gesagt, es geht dir sozusagen um das Abwickeln, aber du sagst gleichzeitig, ein Weiterbetrieb einer anderen LGS wäre möglich. Jetzt die Frage an dich, wenn das nicht zeitlich sozusagen unmittelbar passieren soll, sehe ich wiederum auch keine Konkurrenz zu Nummer 07. Du stellst mir eine Frage zu Antrag X07, den ich nicht gestellt habe. Nein, nein. Ich habe den Antrag X02 gestellt, danach wurde ein Antrag X07 gestellt, wo von dem Konkurrenz behauptet wird. Ich kann zu der Konkurrenz nichts sagen. Okay, dann präzisiere ich meine Frage. In welchem Zeitrahmen soll diese Landesgeschäftsstelle aufgelöst werden? Schnellstmöglich, ohne schuldhaftes Zögern. Wir sind in Verträgen gebunden. Wir müssen einen Mietvertrag kündigen. Dafür gibt es Fristen. Und dann wird man im Zweifelsfall eben halt in, keine Ahnung, zwei Monaten oder drei Monaten keine Landesgeschäftsstelle mehr haben. Okay. Bis zu dem... Bitte. Kein Zweigespräch. Genau. Wir haben das etwas, was den Duke jetzt wahrscheinlich nicht freuen würde, weil dieses Mikro hatte an sich eine Funktion, die hat es jetzt nicht mehr. Aber ich glaube, im Zweifelsfall ist der Duke damit einverstanden, dass wir die Zweckentfremdung machen und haben hier zwei Mikrofone. Das ist das Fragenmikrofon. Das ist das Meinungsmikrofon. Da wir keine Fragen haben, kommen wir mit mal zu den Meinungen. So. Es könnte ja keiner sagen. Ach so, okay. Gut, warte, 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 warte. Es hat sich eine Frage entwickelt. Ja, es tut mir leid. So ist das. Die Antragsteller zur X07 hat ja ausgeführt, dass keine Unterlagen sozusagen zu Hause gelagert werden müssen. Pavel, du hast jetzt speziell nur auf irgendwelche Kündigungsfristen abgehoben mit dem Frühstmöglich. Ist es denn für dich dann eigentlich nicht auch denkbar, dass dieses Frühstmöglich eigentlich sozusagen die Lagemöglichkeiten von, sage ich mal, Genseck, also von kritischen Unterlagen eigentlich auch mit einschließt? Also das sozusagen das reine Abheben auf die Kündigungsfristen an der Stelle nicht zu kurz greift? Das schaue ich. Es ist weder mein Auftrag noch habe ich die Möglichkeit, weil ich die Gesamtlage im Detail natürlich als Mitglied nicht gleichermaßen gut einschätzen kann, wie der Vorstand selbst, der Zugriff auf die Verträge hat. Die Dinge, die die Landesgeschäftsstelle sozusagen als Aufgaben derzeit hat und die jetzt abgewickelt werden müssten, können natürlich zu anderen Fristen führen. Dabei ist es allerdings zu berücksichtigen, dass man im Prinzip dort natürlich längere Laufzeiten im Zweifelsfall dann auch gut begründen muss. Weil letztendlich sind es dann Verbandsmittel. Wir können den Antworten kurz passen. Und dafür ist man Rechenschaft schuldig. Danke. Meinung? Darf ich jetzt? Jetzt darfst du. Wahnsinn. So, als Nordhesser möchte ich gerne mal sagen, alles jenseits Gießen ist erreicht, technisch sowieso von, wir werden diese LGS nicht nutzen. Also alles Nordhessen. Kassel hat einen Raum, der ist kostenlos. Ich will es nur so sagen, wie es ist. Das heißt, ja, sehr billig. Also wir kriegen auch Räume kostenlos. Deswegen, wenn ihr eine neue nutzt, die nur zum Lager ist, guckt nach den Kosten und wenn ihr sie mehr nutzen wollt, guckt, dass ihr jemanden habt, der auch da ist. Weil ein Raum, der zu ist und wo keiner ist, ist es völlig sinnlos. Dankeschön. Nächste Meinung? Vor allem meine Frau fände es sicherlich sehr toll, wenn wir keine Unterlagen bei uns im Keller lagern müssten. Abgesehen davon, die LGS selber ist meiner Meinung nach, meiner Wahrnehmung nach, relativ spartanisch genutzt worden, sodass sich halt eben da kein wirklicher Nutzen ergeben hat. Es gab einige Veranstaltungen, die liefen da, aber das waren für meine Empfindung zu wenig. Und es gibt ansonsten auch im Rhein-Main-Gebiet durchaus Möglichkeiten, günstig oder sogar umsonst an Räume ranzukommen. Unter anderem haben wir von den Rheinland-Pfälzer-Piraten das Angebot bekommen, auch die LGS in Mainz noch mitzunutzen. Und das wird unter anderem auch für den Wiesbadener Piraten gemacht. Das heißt, wir werden wahrscheinlich nicht in die Verlegenheit kommen, überhaupt keinen Raum mehr zu haben, wo wir Dinge lagern können oder uns treffen können. Insofern fände ich es sinnvoll, wenn wir halt eben die LGS, so wie sie jetzt ist, aufgeben und uns nach einer neuen Lagermöglichkeit für Unterlagen angucken. Dankeschön. Nächste Meinung? Ja, also ich denke schon, dass im Gegensatz zu Pavels Aussage ein Auftrag des höchsten Gremiums des Landesverbandes an den Vorstand, die LGS aufzulösen, ein Priorität ist. Das macht es auch für Nachfolgelösungen über die Maßen schwierig, weil sie vom höchsten Gremium der Partei eine andere Statement bekommen haben. Und ich werde deswegen für X07 stimmen, um eine Nachfolgelösung zu finden, zusammen mit dieser Projektgruppe, die wir gefunden haben. Danke. Ja, die Landesgeschäftsstelle ist sicherlich nicht unbedingt optimal, aber unser nächster wichtiger Event ist die Kommunalwahn. Ich denke nicht, dass wir uns jetzt, die Suche nach einer Landesgeschäftsstelle jetzt, wo wir die Kommunalwahnvorbereitung ans Bein binden sollten und das erst nach der Kommunalwahn generell das Thema anwenden sollten und dann auch erst mit einer bestehenden neuen Vorschlag zu kommen, um dann die Alte aufzulösen. Vielen Dank. Ich denke, wir werden im Wahlkampf so etwas wie eine Geschäftsstelle brauchen. Ich glaube nicht, dass die jetzige Geschäftsstelle dafür geeignet ist. Ich habe gerade wieder ein größeres Bundestreffen von den Piraten, bin ich gerade mit am Organisieren und habe gesagt, das macht keinen Sinn. Klar können wir uns umsonst in die LGS setzen, aber lasst uns die 50 Euro, nee, Entschuldigung, zweimal 16 Euro, das werde ich jetzt selber spenden, damit es keinen Formalko gibt. Wir müssen zweimal 16 Euro für zwei Tage größere Räume, bessere Räume der Jugendherberge mieten. Da können die Leute wohnen, da können sie ordentlich hinkommen. Das macht keinen Sinn. Das heißt, die Auflösung der LGS ist eine Arbeit, die gemacht werden muss. Kann man sagen, können wir uns im Wahlkampf leisten oder können wir uns nicht leisten, aber sie ist auf jeden Fall da. Helfen wird uns diese Geschäftsstelle nicht. Wir haben um die Ecke von der Landesgeschäftsstelle vom KV Frankfurt ein Lager. Seit wir da aufgeräumt haben, ist da noch ein bisschen Platz. Vielleicht langt es auch für einen abschließbaren Schrank, wenn irgendwelche Unterlagen unterkommen müssen. Praktisch selber Standort. Ich würde sehr, sehr gerne sehen, ich will jetzt aber nicht sagen, ich will in so einer Gruppe mitarbeiten, wenn ich nicht weiß, ob ich es kann, wenn wir was richtig Tolles hätten, vielleicht nur temporär. Das könnte ein Boot sein oder irgendwas, was man bewegen kann im Wahlkampf und danach mal gucken. Und das sind nämlich genau die zwei unterschiedlichen Dinge. Also Tagen in einem Raum, den wir günstig mieten, lagern, irgendwo zentral. Und drittens, wenn wir wollen, dann als Begegnung irgendwas Mobiles für die Wahlkampfzeit. Das wäre mein Vorschlag. Gut, wir sind am Ende der Diskussion. Die Antragsteller haben das Schlusswort. Ich dachte eher noch X07, weil ich hatte ja jetzt eigentlich eine Vorstellung von X02. Er müsste ja jetzt X07 sein. X02 und X07. Also, Herr Pavel hat ja schon einiges gesagt. Also ich möchte ja nochmal betonen, also meine Intention nach wie vor auch die Nutzung, dass wir so wenig Nutzung in dieser RGS haben, hängt ja eben mit der geografischen Lage und der Verkehrsanwendung zusammen. In Sachsenhausen, das war verkehrstechnisch eigentlich sehr gut zu erreichen, auch wenn die Parkplätze vielleicht höher und ausgebucht waren. Aber grundsätzlich war das von der Örtlichkeit viel besser und auch intensiver genutzt worden. Allerdings hatte die alte RGS andere Nachteile. In diesem Fall geht es ja wirklich darum, klar zu definieren, es ist auch klar offen formuliert, keine Fristen gesetzt, damit wir eben die Flexibilität im Vorstand haben, das gegebenenfalls auch als nach der Kommunalwahl zu machen. Das ist ganz bewusst offen formuliert. Gut, Dankeschön. Dann kommen wir jetzt zur Abstimmung. Das ist eine alternative Abstimmung. Wer stimmt für Antrag X02? Nein, du kannst dich für beide melden. Du kannst dich streng genommen für alle drei melden, weil es gibt ja noch keiner von beiden. Dankeschön. Wer ist für Antrag X07? Dankeschön. Wer ist für keinen von beiden? Dankeschön. Wir stimmen Antrag X07 ab. Wer ist für oder gegen Antrag X07? Bitte die Karten heben. Das ist die Mehrheit. Der Antrag ist angenommen. Herzlichen Dank. Wir kommen zu Antrag X08 ergänzend zu X07. Knut hatte ihn bereits vorgestellt. Ich bringe ihn noch mal auf den Beamer. Oder auch nicht. Ah, okay. Gut. Die Vorstellung erfolgte bereits. Daher kommt jetzt die Aussprache über den Antrag. Keine Aussprache. Kein Wille zum Schlusswort. Wir kommen zur Abstimmung. Wer ist für, respektive gegen X08? Der Antrag ist abgelehnt. Wir kommen zum Antrag X09. Der ist vorgestellt worden. Wir kommen zur Aussprache. Projektgruppe. Schön und gut. Aber ich glaube nicht, dass wir jemanden finden, der das freiwillig mitmacht. Außer den üblichen Verdächtigen aus und um Frankfurt. Nur als Hinweis. Das war das Fragenmikrofon. Es konnte eine Verständnisfrage nicht feststellen. Aber es war auch keine Nachdir da. Insofern egal. Bitte der Nächste. Ja, ich denke auch, der Antrag ist obsolet. Denn wir haben gerade eben beschlossen, dass es im Zuge dessen demnächst eine neue geben wird. Und wir sollten nicht dem Vorstand oder generell vorschreiben, wie er dann diesen Antrag umzusetzen hat, den wir eben beschlossen haben. Die Intention ist ja nicht nur, dass eine neue LGS gesucht wird, sondern dass im Endeffekt nicht nur der Vorstand irgendetwas beschließt, sondern dass die Basis in Form einer Projektgruppe auch eingebunden wird. Und dass Leute außerhalb der Basis dort auch mithelfen sollen und dürfen. Bitte schön. Ja, wenn ich das hier richtig sehe, haben wir ja beschlossen, die IAC-Geschäftstück auszulösen. Und damit ist das Rennen ja eröffnet für alle, sich jetzt um einen entsprechenden Ersatz zu kümmern. Noch ein Statement. Ich möchte nicht noch zusätzlich in einer dauerhaften Gruppe sein. Aber wo immer sich Leute finden, in Hessen oder wo auch immer, die sagen, wir können uns vorstellen, so eine LGS bei uns zu diesen genannten Konditionen zu installieren und zu betreiben, komme ich hier auf jeden Fall gerne mal einmalig dazu, um so ein paar Sachen reinzuwerfen, die Erfahrungen sind, mache ich gerne. Ansonsten weiß ich jetzt nicht, da müsste sich jetzt eigentlich diese Projektgruppe hier finden. Also, egal. Vielleicht ein kleines Statement von mir als Genseck. Ich denke nicht, dass wir eine Projektgruppe, wie auch immer, auch ohne diesen Antrag finden würden, die das einfach machen. Piratikers Mandat nennt sich das. Ich hätte auch mal eine Frage an den Vorstand, ob er sich vorstellt, ob er sich der Vorstand vorstellen kann, ob jemand Bezahltes in die Geschäftsführung wiederzusetzen. Das hat mit dem Antrag nichts zu tun. Gut, wir kommen zur Abstimmung über den Antrag. Achso, nee, stimmt nicht, wir kommen zum Schlusswort. Möchtest du ein Schlusswort? Der Antrag-Täler verzichtet. Wir kommen zur Abstimmung. Wer ist für respektive gegen diesen Antrag? Der Antrag ist abgelehnt. Wir kommen zum Antrag X05, Entscheidungsordnung über den Basisentscheid auf Landesebene. Volker wird schwierig, der ist auf dem Weg nach Hause. Im Wesentlichen dürftet ihr ihn kennen. Er ist quasi ein Bühnen-Junkie. Er ist süchtig geworden. Ich kenne das. Hier oben gefällt es mir einfach so gut. Ich gehe mal ruhig da weg. Ich will mal so ein bisschen auf und auf gehen. Also, für den Basisentscheid braucht man ja nicht nur entsprechend das Zeug in der Satzung, sondern man braucht noch die entsprechenden Regelungen, die auch sehr viel detaillierter sind als das, was in der Satzung drin steht. Das, was da jetzt als Vorschlag ist, ist, soweit ich weiß, auch das, was eigentlich beim Bundesparteitag beschlossen werden oder als Antrag auch vorlag. Leider zeitlich nicht mehr dran kam, was aber auch, wieder meines Wissens nach, korrigiert mich bitte, wenn ich falsch liege, in NRW und in Bayern bei deren Basisentscheid als Entscheidungsordnung vorliegt. Das heißt, wir finden hier jetzt auch gar nichts Neues, sondern wir rauben und kopieren nur Dinger. Ja, und falls das da funktioniert in anderen Bundesländern, ich habe jetzt leider nicht so den Einblick, dann würde es natürlich Sinn machen, einfach, wie gesagt, nicht das Rad neu zu öffnen, sondern einfach das Bestehende da zu nehmen. Aber ich kenne mich jetzt in der Situation in Bayern und Baden-Württemberg, äh, und Nordrhein-Westfalen, nicht aus, sorry. Gut, wir kommen zum Meinungsbild. Wer kann sich vorstellen, diesen Antrag anzunehmen, respektive abzulehnen? Das Meinungsbild ist überwiegend positiv. Wir kommen zur Aussprache. Ich sehe keinen Willen zur Aussprache. Möchtest du ein Schlusswort? Offensichtlich nicht, weil du wieder auf deinen Buchstaben sitzt. Nee, Quatsch, du sitzt natürlich auf deinem Hintern. Wir kommen zur Abstimmung. Wer ist für, respektive gegen diesen Antrag? Bitte um Abstimmung jetzt. Der Antrag ist einstimmig angenommen. Wir kommen zum Antrag X04, Konzeptverwaltung Landesverband, Antragsteller ist Pavel. Um so etwas zu vermeiden, die nächsten Antragsteller sind Knut und Knut. Beide Knuts mögen sich in die Nähe des... Wir kommen zum Antrag. Bitte. Es geht bei diesem Antrag um ein, wiederum einen Auftrag an den Landesvorstand. Zielsetzung hierbei ist, die Verwaltung im Landesverband auf eine konzeptionelle Basis zu stellen. Wir, der Landesparteitag möge beschließen, den Landesvorstand zu beauftragen, bis spätestens zwei Wochen vor Ablauf der Antragsfrist des nächsten Landesparteitages ein Konzept zur Schaffung eines dauerhaften Verwaltungsteams, das das Generalsekretariat und die Schatzmeisterei bei ihrer Arbeit unterstützt, vorzulegen. Der Landesvorstand wird ermutigt, bei frühzeitiger Vorstellung des Konzeptes und nach Einholung und Feedback in Form eines VNB bereits vor dem nächsten Landesparteitag ein solches Konzept umzusetzen. Die Zielsetzung ist einfach die, dass die Erfahrungen der vergangenen Jahre zeigen, dass wir im Bereich des Generalsekretariats und der Schatzmeisterei, die ja die Hauptlast der administrativen Aufgaben tragen, zwischenzeitlich aufgrund unerwarteter terminlicher Belastung, Krankheit, ähnlicher Themen, Schwierigkeiten haben, die Kontinuität der Arbeit zu gewährleisten. Der andere Aspekt, der dort eine Rolle spielt, ist, dass es sicherlich auch nicht verkehrt sein kann, im Verwaltungsbereich Kontinuität über die reine Ämterfolge hinaus sicherzustellen. Das heißt also, wenn ich dort drei, vier Leute im Land habe, die sich mit dem Abläufen aus der unterstützenden Tätigkeit heraus sehr gut auskennen, dann wäre das sicherlich auch eine Grundlage dafür, dass kommende Schatzmeister, kommende Generalsekretäre weniger Schiss vor einer ungenügenden Übergabe oder anderen möglichen Quellen partiellen Scheiterns haben müssten. Dafür wäre es dann zweckmäßig, natürlich sich dann eben halt Gedanken zu machen, wie man das Ganze einstiehlt. Und das soll hier eben halt mit diesem Antrag als Auftrag bewirkt werden. Dankeschön. Wir kommen zum Meinungsbild. Wer kann sich zum jetzigen Zeitpunkt vorstellen, den Antrag anzunehmen, respektive abzulehnen? Das Meinungsbild ist überwiegend positiv. Wir kommen zu Verständnisfragen. Wir kommen zur Meinung. Grundsätzlich sehe ich das positiv. Konzept, ja gut, da habe ich kein Problem mit, dann Konzept vorzulegen. Ich hätte das Thema eh, wäre das Thema eh angegangen, schon allein zu klären, was können wir über die Bundesverwaltung eventuell, was gibt es da für Möglichkeiten. Also schon allein, weil ich ein fauler Mensch bin, wollte ich mich eh drum kümmern. Aber ich wollte eben halt nicht nur auf deine Faulheit zählen. War nur ein Spaß. Ich denke, auf Werts Faulheit ist da sicherlich Verlass. Eine kleine Anmerkung, da steht nicht, dass das Konzept umsetzbar sein muss. Wir können natürlich sagen, wir stellen sieben Leute ein, die sich hauptamtlich um die Verwaltung kümmern. Das können wir machen. Das wäre damit halt eben in diesem Antrag drin. Und sehr schön finde ich den Satz, dass in Form eines VNBs darüber abgestimmt werden muss, denn damit würden wir voll gegen eine einzeilige Verfügung des Landesgerichts Rheinland-Pfalz verstoßen. Gut, siehe es als mein Optimismus, wenn ich kurz entgegnen darf, als mein Optimismus, dass etwa rechtliche Hindernisse gegen VNBs gegebenenfalls dann ausgeräumt werden können. Der entscheidende Punkt ist, ich muss, auch das nochmal, so ähnlich wie bei X02, dass ihr zur Erfüllung einer solchen Geschichte weiterhin euer Hirn einsetzen dürft, ist ja hier, nur weil es nicht explizit genannt ist, auch nicht verboten. Das heißt, wenn ich hier sage, ihr möget bitte ein Konzept vorlegen, dann impliziert das normalerweise, dass dieses Konzept idealerweise auch umsetzbar sein sollte, weil wenn ihr es entweder umsetzt, vorab, oder aber als nicht umsetzbares Konzept bei dem nächsten Landesparteitag vorstellt, dann gehe ich davon aus, dass es eine mehr oder minder intensive Reaktion darauf geben dürfte. Also, ihr dürft eure Verantwortung gerne trotzdem auch trotz eines solchen Auftrages noch vollumfänglich ausleben. Ja, ich halte den Antrag auch für überflüssig, weil wir da wieder einen Beschluss fällen, der verbindlich ist für den Vorstand und ich möchte, dass der Vorstand sich selbst freiheitlich, wie wir wofür wir ja auch stehen, entscheiden kann, wie er seine Arbeit erledigt und auch den neuen Schatzmeistern, den neuen Genseck die Chance geben, ihre Arbeit selbst zu organisieren. Und ja, ein Konzept vorlegen, das machen wir, wir müssen uns nicht überverwalten. Du bist momentan nicht dran, danke schön. Gibt es weitere Meinungen? Was ist das? Ein GO-Antrag? Hatten wir schon lange nicht mehr. Bitte was? Okay, dann formulier dein Meinungsbild bitte. Ich würde gerne von den Anwesenden wissen, wer sich vorstellen könnte, in so einem Gremium Verwaltung mitzuarbeiten. Was möchtest du wissen? Wer sich hier anwesend vorstellen kann, in so einem Schatzmeister oder Generalsekretär das Team mitzumachen. GO-Antrag auf ein Meinungsbild. Wer kann sich vorstellen, persönlich an einem solchen Gremium mitzuarbeiten? Das ist eine Ja-Nein-Frage. Selbstverständlich. Ja, ich kann es mir vorstellen. Ich teile dem Antragsteller mit, das Meinungsbild ist bei überwiegender Nichtteilnahme überwiegend negativ. Gut. Gibt es weitere Fragen? Gibt es weitere Meinungen? Das ist nicht der Fall. Du hast das Abschlusswort. Es geht bei dem, um das ganz klar noch mal zu sagen, wenn, das ist jetzt der zweite Antrag, ist der ein Auftrag seitens der Mitgliederversammlung an den Vorstand formuliert. Es geht dabei nicht darum, einen Vorstand in seiner Selbstbestimmtheit prinzipiell einzuschränken. Sehr wohl glaube ich aber, dass wir als Mitglieder dieses Landesverbandes in diesem höchsten Gremium die Möglichkeit haben, Prioritäten zu setzen und die auch klar zu formulieren. Das heißt, wenn ich beispielsweise ein Thema Verwaltung sehe, dass da sich Leute zwar sozusagen den Arsch abarbeiten, aber nach dem Prinzip, ich schärfe die Säge nicht, weil ich noch so viel zu sägen habe, quasi die Meta-Beschäftigung damit, mit welchem Konzept man das eventuell ausräumen könnte, dann aus nachvollziehbaren Gründen im kurzfristigen Interesse zur Seite schieben, dann muss eben halt ein solcher Auftrag her und das ist die Zielsetzung hier. Wir kommen zur Abstimmung. Wer stimmt für, respektive gegen den Antrag X04? Der Antrag ist abgelehnt. Knut, du könntest schon bereits an der Bühne stehen, ich hatte es angekündigt. Ja. Antrag X06, bitte. Hallo. Ganz kurz den Antrag habe ich gestellt. Ich möchte, dass auf der hessischen Ankündigungsliste nur Termine angekündigt werden, eventuell auch in Austausch zu Nachfragen kommen, aber im Endeffekt geht es darum, um eine Vernetzung von örtlichen und zeitlichen Events, an denen Piraten sinnvollerweise teilnehmen wollen oder sollen. Ich halte dieses Medium für ungeeignet, für Pressemitteilung oder irgendwelche Vorstandsverlautbarung. Das hat mich schon im letzten Jahr ziemlich gestört. Ich bin der Meinung, dass wenn man so etwas haben möchte, sollte dafür sozusagen ein eigener Mehlverteiler eingerichtet werden. Das heißt einmal eine Veröffentlichung von Pressemitteilungen oder Vorstandsverlautbarung. Und die Leute sollten die Hoheit darüber haben, entscheiden zu können, welche Mails sie lesen möchten. Und wenn einer wirklich nur Veranstaltungshinweise für Piraten haben möchte, soll das bitte auf der Halle bleiben und alles andere soll auf anderen Listen passieren, gegebenenfalls welche, die neu eingerichtet werden sollen. Danke. Alles klar, wir kommen zum obligatorischen Meinungsbild. Wer kann sich zum jetzigen Zeitpunkt vorstellen, diesen Antrag anzunehmen und explizit respektive abzulehnen? Das Meinungsbild ist durchwachsen negativ. Wir kommen zu Fragestellungen. Verständnisfragen? Ja, da ich ja eingereicht habe, die Nutzungsbedingungen auf dem Mail-Server, wo auch die HRL mit berücksichtigt ist, müsste das eigentlich in Konkurrenz treten, weil, ja, habe ich nicht bedacht, bei der Antragseinreichung, dass schon einer da wäre. Weil der ist ja dann sonst ein verbindlicher Landesparteitagsbeschluss, der dann nicht mehr von anderen Gremien verändert werden kann, außer einem Landesparteitag. Ja, das ist ein konkurrierender Antrag, das heißt, der wird jetzt vorgestellt. Der konkurrierende Antrag ist der X013, also X13 natürlich. Bitte vorstellen. Ja, wir haben ja in Rotenburg beschlossen, dass wir Nutzungsbedingungen für die Mail-Server einführen wollen und das ist jetzt der erste rudimentäre Vorschlag dafür, der halt definiert, dass der Landesverband Mailing-Dienste anbietet in Form von E-Mail-Adressen für die Mitglieder plus die Mailing-Listen, dass das Hausrecht beim Vorstand liegt, dass Datensicherheit und die Verantwortung mit den Diensten bei den jeweiligen Nutzenden liegt, die Anregungen vom Lothar aus der Mailing-Listen-Diskussion sind mit eingeflossen, dass wir keine inhaltliche Moderation haben, was ja das Hauptkriterium ist, wo wir alle gegen sind, ist mit drin, dass wir Spam-Filter einsetzen können, automatisiert ist mit drin und dass halt manche Mailing-Listen wie die beschlossene Mitglieder-Mailing-Liste aus Rotenburg eigene Nutzungsbedingungen haben kann, dass die Kreisvorstände-Liste eine besondere Bedeutung hat, dass die HAL, die Schatzmeister-Liste in Rücksprache mit der Schatzmeisterin bestimmte Dinge hat und das, ja und so weiter und so fort. Ich meine, ich habe den PPA hervorgestellt, ich habe die Änderungen eingepflegt und auch das DIF haben wir präsentiert. Ja, das ist erstmal im Großen und Ganzen dazu. Dann hier auch Verständnisfragen. Achso, nee, erstmal, ja, ist jetzt blöd, aber müssen wir also machen. Das Meinungsbild, wer kann sich zum jetzigen Zeitpunkt vorstellen, diesen Antrag anzunehmen, respektive abzulehnen. Das Meinungsbild ist einstimmig positiv. Wir kommen zur Aussprache. Ja, erstmal danke, sowas ist immer viel Arbeit. Ich habe eine Frage zur Umsetzung. Wie kontrahiere ich als User jetzt diese neuen Nutzungsbedingungen? Werden die einfach jedem geschickt? Und mit dem Hinweis, hier kannst du dich abmelden, wenn du die nicht magst, oder wie wäre die Umsetzung? Ja, genau, so würde es werden. Wir würden sie kommunizieren auf allen Listen, am besten auch an alle Leute, die jetzt eine E-Mail-Adresse haben, dass diese Nutzungsbedingungen zum Datum XY, vielleicht 1.12. als Beispiel, automatisch gelten und wer sie dann nicht akzeptieren möchte, soll halt dann den Dienst nicht benutzen. Okay. Gibt es noch weitere Fragen? Wird das eine Frage? Oder so? Okay. Ich habe zugehört, was du gesagt hast, aber ich kann momentan die Konkurrenz jetzt nicht wirklich erkennen. Kannst du die nochmal erläutern? Die Konkurrenz ist darin, dass die HAL auch bei den besonderen Mailinglisten in diesen Nutzungsbedingungen aufgelistet ist. Ich kann es ja gerade mal vorlesen. Die Liste dient ausschließlich der Verbreitung von wichtigen Informationen. Diskussionen sind nicht erwünscht und werden via automatischem Reply-To auf die PPA-Mailingliste forciert. Und die Konkurrenz ist halt darin, deiner ist ein Landesparteitagsbeschluss, verbindlicher ist ein Landesparteitagsbeschluss, kann dann nur von einem Landesparteitag wieder verändert werden. Und ich habe in meinem Antrag drin, dass er danach diese Landesparteitagsbeschlussbefreiung beinhaltet, sodass dann der Vorstand oder ein virtuelles Meinungsbild oder wie auch immer an den Nutzungsbedingungen weitergearbeitet werden kann, ohne dass wir wieder erneut einen Landesparteitagsbeschluss brauchen, um ihn zu ändern. Ja, eigentlich eine Verständnisfrage, aber auch ein Hinweis. Ich sehe diese nicht als konkurrierend. Das ist ein klassisches Beispiel für einen weitergehenden, inkludierenden Antrag. Das heißt, der weitergehende wird normalerweise zuerst abgestimmt und dann erst der kleinere Antrag, weil er, wenn ich es nicht irgendwie jetzt falsch verstanden habe, genau die Elemente schon beinhaltet. Das ist nur dieselbe Forderung. Das heißt, zuerst wäre über den 13er abzustimmen und wenn er nicht abgenommen, angenommen wird, also der weitergehende Antrag und wenn er nicht angenommen wird, irgendwie wird nur ein 6er. Es sei denn, es ist irgendwo wirklich eine Konkurrenz. Was ihr beschrieben habt, ist keine Konkurrenz, sondern es ist ein weitergehender Antrag. Das ist eine Sache der Antragsteller. Ich hatte es vorhin schon erklärt. Ja, ja, ich meine, die Antragsteller müssen ja dann halt eben gucken, wie sie mit dieser Information umgehen. Also wenn die Frage, wenn ich das jetzt richtig verstanden habe, steht jetzt im Raum, ob der Antrag, jetzt muss ich mal selber gucken, wo bin ich überhaupt, ob der Antrag 06 dann quasi eine Erweiterung des Antrags 013 ist. Umgekehrt. Ja, genau. Deswegen wäre die 06 quasi eine Ergänzung, die 13... Ne, Quatsch, ist auch Quatsch. Ja, damit würden wir den 13 insofern aber ändern, dass die Nutzungsbedingungen, die wir dort erstellt haben, für den Bereich Hall außer Kraft gesetzt werden. Oder beziehungsweise insofern eingeschränkt werden, dass dieser Bereich nicht mehr durch den Landesvorstand geändert werden kann, weil es einen LPD-Beschluss dazu gibt. Richtig? Gut. Jetzt ist die Frage an den Antragsteller. Das ist in dem Fall Knut. Siehst du deinen Antrag in der Form als Ergänzung zum 13, dass diese Änderungsmöglichkeit des Vorstands rausgenommen werden soll aus den Nutzungsbedingungen? Gut. Sehr schön. Hervorragend. Dann haben wir das geklärt. Ich finde es ja auch schön. Also es ist nicht komplett, ich gucke jetzt direkt in den Stream rein, es ist nicht komplett sinnlos, nur zu gucken und sich hierher zu begeben. Es kann auch hilfreich sein. Man kann auch Dinge ändern. Okay, damit ist die Konkurrenzsituation aufgelöst, sondern durch eine Abhängigkeit abgelöst. Und damit bleibt nur noch die Aussprache über den X13. Verständnisfragen haben den Vorrang. Es steht, dass da Leute nach Ausscheiden aus dem Landesverband nach vier Wochen die E-Mail-Adresse verlieren sollten. Die Frage ist, wie genau soll das vollstatten gehen? Datensparsamkeit ist ein Begriff hier. Und wenn das möglich ist, gibt es eine Zahl, wie viele Leute eine Piratpartei Hessen-Adresse haben, ohne Parteimitglied zu sein? Ja, das Löschen ist relativ einfach, indem ich auf Account löschen im Postfix klicke und dann ist es weg. Wie viele aktuell eine Liste, eine Adresse ohne Parteizuggörigkeit haben, kann ich leider nicht sagen, da es kein Abgleichprozess zwischen Piraten Hessen-Adresse und Mitgliedsverwaltung derzeit gibt, was hier auch durch diese Nutzungsbedingungen eingeführt werden möchte. Verständnisfrage, wir haben hier Mitglieder, die haben sowohl eine Mail-Adresse Vorname als auch Nachname, aber als zusätzlichen Alias noch einen Nickname. Was würde mit diesem Nickname-Mail-Adressen passieren? Dein Nickname würde ich dann mit vorzunehmen gerne löschen. Nein. Aber ja, letztendlich ist es das. Es geht im Prinzip darum, wir haben aktuell 1229 PPH-Adressen und teilweise, es gab keine Kontinuität in der Hessen-IT an der Stelle, du weißt teilweise nicht, wem die gehören, wenn da einfach ein Nickname steht, den die Administration nicht kennt. Deswegen ist die Idee halt mit Vor- und Nachname. Man könnte ja dann, weil der Antrag ist ja offen, dass wir diese Alias-Geschichte als V&B noch mal abfragen, ob das gewünscht ist und dann einfach hinzunehmen. Dann hätten wir ja noch Zeit, bis wir es einführen, das noch anzupassen und zu machen. Weitere Fragen oder Meinungen? Muss ich dazu zukünftig immer erst aufrufen? Ja, du bist Protokoll. Eine Frage. Verständnisfrage? Verständnisfrage? Ja. Ich wollte mal fragen, ob auf der Schatzmeisterliste aufwärts darf denn das Lesen noch? Es steht nur was von Schreibrechten. Leserechte stehen ja im allgemeinen Bereich, aber für jeden offen. Okay. Ich möchte ergänzen, dass Ralf das nicht alleine ausgearbeitet hat, zum Zusammenarbeiten mit dem letzten Landesvorstand. Also wir haben darüber nachgedacht und vieles, was jetzt stundenlang oder minutenlang besprochen wird, schon ausgearbeitet. Nur als kleine Ergänzung. Danke. Sorry, dass ich es nicht gesagt habe. Also es war nicht ich, wie gesagt, allein, sondern Sven, der Landesvorstand und es war ja Auftrag des Landesparteitages. Stehst du da aus Lust an der Freude oder der guten Aussicht? Danke. Gut, ich sehe keinen Wunsch zur Meinungsäußerung, keine Verständnisfragen. Alter. Kannst du dich jetzt da hin, bitte, deine Meinungsäußerung. Ich finde da drin, also generell finde ich das unterstützenswert. Ich finde ein Punkt da drin, der vielleicht noch, so wie ich es verstanden habe, doch durchaus anders gelöst werden könnte. Da ist die Rede davon, dass es auch ein Alias geben soll im Front von Mitgliedsnummer at piratenbatterhessen.de. Es besteht dabei ein bisschen die Gefahr, dass es dann automatisiert email generiert werden können von 1.000 bis 50.000 und einfach abgeben, dass es dann einfallsdorf für Spam sein kann, wenn es vorhersehbare E-Mail-Adressen gibt. Das wäre vielleicht noch zu bedenken. Das ist bestehende Praxis, dass jedes hessische Mitglied seine Mitgliedsnummer als Alias-Nummer hat. Das hat die Hessen-IT seit sechs Jahren so gepflegt. Krass, das wusste ich nicht. Ich werde es jetzt... Dankeschön. Danke. Jetzt gibt es Spam. Ja, aber hier oben sitzt ein Spam-Filter. Und er nimmt das Wort Assassin dann teilweise wörtlich. Ich bin auch Player. So. Du hast das Abschlusswort. Wir kommen zur Abstimmung. Wer ist für respektive gegen den Antrag X13? Der Antrag ist einstimmig angenommen. Herzlichen Dank. Wir kommen zum Ergänzen. Wir stellen fest, der Antrag ist einstimmig angenommen und Hauke ist farbenblind. Oder böswillig. Das darfst du dir jetzt aussuchen, denn in deinem Fall denke ich, du ziehst böswillig vor. Wir kommen zum Ergänzenden Antrag X08. 6? 6. Wieso 6? Genau, X06, Entschuldigung. Ja, natürlich die Aul. Der Antrag ist vorgestellt worden. Gibt es noch den Wunsch zur Aussprache? Ach so, und danke. Ja, ich würde mir wünschen, dass wir die gerade beschlossenen Nutzungsbedingungen erst mal einführen, mit ihnen arbeiten und dann im Zuge einer weiteren Evaluierung der Nutzungsbedingungen weitere Dinge ergänzen können, aber nicht jetzt per se per Landesbereitungsbeschuss. Mir gefällt an dem Antrag nicht, dass er eigentlich beinhaltet, dass wir eine Moderation für die HAL einführen müssen. Bisher ist das eine offene Liste, das heißt, jeder, der will, kann darauf posten. Im Großen und Ganzen wird die eigentlich so genutzt, wie sie gedacht ist. Es gibt ab und an noch Dinge, die auch meinem Empfinden nach nicht hingehören. Es gibt ab und an Diskussionen darauf. Das wird aber durch die Nutzungsbedingungen jetzt entschärft. Also ich würde dafür plädieren, die HAL weiter so zu belassen, wie sie ist und diesen Antrag abzuleben. Wenn ich es nicht ganz falsch verstehe, haben wir gerade eben beschlossen, die HAL in Zukunft zu moderieren, weil der andere Antrag gibt es genauso her. Der ist nur für Ankündigungen, Diskussionen etc. Das heißt, wenn da andere Dinge passieren, nein? Was habe ich denn da gerade gestimmt? So, sehe ich noch weiteren Diskussionsbedarf? Nein, ich sehe keinen mehr. Dann hast du das Abschlusswort und vielleicht möchtest du auf die Diskussion eingehen. Ganz kurz. Ich selber fände es auch schön, wenn jeder auch noch auf die HAL schreiben kann, aber halt entsprechend gewisser Vorgaben und zwar, dass man einfach nur die HAL wirklich für die Ankündigung von Events oder Veranstaltungen nimmt und für alles weitere was anderes. Und das ist meine Intention, dass das festgelegt wird. Nicht mehr, nicht weniger. Ich bedanke mich. Das ist jetzt aber nicht zugehört. Freut. Ja, dann kommen wir zur Abstimmung. Wer stimmt für respektive gegen den Antrag X06? Der Antrag ist abgelehnt. Wir kommen zum Antrag X10. Was für ein Ding? Was für ein Ding? Vielen Dank. Ich bin mal für Reaktion. Ich bin bleib, ich bin ja wirklich auf dem Antrag... Ich bin ja wirklich auf dem Namen. Du kannst das ja, ich bin ja wirklich auf dem Namen und den Antrag der Menschen für das oder Äuvel. Und in ganzen Jahren und die Kollegen? Wir gehen auf den Namen. Ich bin ja auch die Rhein-Mailer. Ja, das ist richtig, da die anderen nachträglich quasi kamen. Ich muss darauf hinweisen, dass der Antrag nicht sassungsgemäß ist und nicht zugelassen werden kann. X001. Was für ein Ding? Der X001, falls der jetzt rankommt. Widerspricht, würde der Satzung widersprechen. Wir müssten dann auch die Satzung ändern, darauf wollte ich den Antragsteller hinweisen. Ich habe den nicht gestellt. Jürgen hat den gestellt. Nee, habe ich nicht. Dann mache ich es einfach, dann ziehe ich ihn zurück. Also, wenn du guckst, ich kann ja schon mal was dazu sagen, warum der nicht sassungsgeform ist. Da steht drin, das Wiki soll weiter verpflichtend sein über einen Link und in der Satzung steht leider ganz eindeutig, was im Wiki zu führen ist. Und das ist eben mehr als ein Link, kann ich auch nicht so interpretieren, dass das über einen Link möglich ist. Das heißt, wir müssten an der Stelle auch die Satzung ändern. Die Sache an sich finde ich gut. Aber wenn wir ihn so annehmen, ist es nicht satzungskonform. Wir hatten deswegen, wenn du so willst, haben immer noch ein Schiedsgerichtsverfahren und das müssen wir halt leider dann auch buchstabenbetreu machen. Aber als Antragsteller hättest du oder Mitantragsteller hättest du ja die Möglichkeit, ach, weißt du was, wir machen es jetzt erstmal richtig. Ich übergebe erstmal die Versammlungsleihen. Okay, wir sind dann jetzt beim Antrag X01 und ich bitte Jürgen und Fredo an das Mikrofon, um mir einen Antrag vorzustellen. Ja, gut, hat sich jetzt natürlich so ergeben, dass das überhaupt aufgefallen ist, dass die Reihenfolge falsch war. Also, das mit dem Modul 1 ist richtig, das aber Gott sei Dank Module ist, kann ich die modulare Abstimmung fordern und Modul 1 zurückziehen. Wenn Modul 1 zurückgezogen wird, kommt die Frage, möchte jemand Modul 1 übernehmen? Naja, das macht ja so keinen Sinn. Also wenn, dann müsstest du von Modul 1 den zweiten Satz leider nur wegnehmen, weil der erste ist zwingend wichtig für das Modul 2. Beauftragt eine Instanz von BPT Arguments bereitzustellen. Okay, dann machen wir es ganz anders. Ich ziehe den Antrag zurück und spreche mit dem Vorstand. Die Technik hat eh schon grünes Licht gegeben und der Vorstand, ich denke mal, das kriegen wir hin. Also auf jeden Fall bitte entweder Schoppel führen. Fredo, der Antrag ist zurückgezogen. Brauchen wir nicht mehr darüber zu diskutieren. Außer der Antrag 01. Möchte denn jemand übernehmen? Nein, ihn möchte keiner übernehmen, also gilt der Antrag 01. Jetzt als zurückgezogen. Und wir kommen zum Antrag 10, 11, wobei ich da ganz kurz mit Jürgen spreche. Ok. Genau. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Auf kurzfristiger Beschäftigungsebene die Strukturen, kurzfristig Leute einzustellen oder auch wieder nach einem Projekt sein zu lassen, sind vorhanden. Aus diesem Grunde würde ich gerne, wenn wir das, es geht hier nur um die Möglichkeit, dass der Vorstand die Möglichkeit hat, Leute einzustellen und nicht. Und dafür dann ein entsprechendes Budget bereitzustellen. Einmal das Budget, was nicht aufgebraucht ist von Frau Helga Braun, die vorzeitig gekündigt hat. Und auf der anderen Seite noch ein neu zu beschließendes Budget von, ich glaube 7600 Euro. Wie gesagt, es geht darum, das Ganze ist so ausgerichtet, auch die Budgethöhe, dass es um Minijobber oder kurzfristige Beschäftigung geht. Danke. Okay, dann kommen wir wieder zum Meinungsbild. Wer könnte sich vorstellen, diesen Antrag anzunehmen bzw. abzulehnen? Ich bitte um die Karten. Bei so gut wie keiner Beteiligung durchwachsen. So, Protter, du hast eine Frage? Ja, ich frage als aktueller Vorstand. Wer ist mit künftiger Vorstand gemeint? Du. Also, Leute, so leid es mir tut. Ich mag dich, Protter, aber das ist jetzt Rollerei. Zu dem Zeitpunkt, wo der Antrag gestellt worden ist, warst du noch kein Vorstand. Und als der LPT eröffnet worden ist, auch noch nicht. Es geht um den Vorstand, der jetzt im Amt ist. Deine Frage? Ja, Knut, hast du Beispiele für diese projektbezogene Arbeit? Ganz kurz noch, um jetzt mal ganz korinthenkagerisch zu sein. Ihr habt euch noch nicht konstituiert, deshalb seid ihr als Vorstand so noch gar nicht vorhanden. Das heißt, zukünftig ist in diesem Fall korrekt. Ja, ich wiederhole die Frage an den Knut einfach nochmal, ob er Beispiele hat für diese projektbezogene Arbeit, was er sich da konkret darunter vorstellen würde. Weil wir haben ja teilweise kontinuierliche Menschen im Landesverband, die Arbeit tun. Ja, da sitzen ganz viele hier auch im Plenum. Ja. Ich möchte, okay, ich möchte darauf antworten, dass es Leute gibt, die wir hier noch suchen. Ich weiß, dass es Probleme gibt, dass Leute, die freiwillig arbeiten, erledigen, sich vielleicht in der Gang fühlen. Ich weiß auch, was du machst. Das ist mir durchaus bewusst. Aber beispielsweise, wenn jemand speziell für die Mitgliederverwaltung eingestellt wird, weil sich sonst niemand dafür findet. Ich weiß, dass sich jemand dafür gefunden hat. Insofern ist es jetzt nicht das Problem. Aber es wäre sozusagen ein Beispiel, jemand zu haben, der sich um die Mitgliederverwaltung kümmert. Oder es wäre im Zweifelsfall auch nur ein Budget für einen Datenschutzbeauftragten. Ich sage mal, die Möglichkeiten sind da vielfältig. Ich halte es lediglich für sinnvoll, daraus nicht wieder eine halbe Stelle zu machen und einen festen Arbeitsort vorzugeben. Also mir persönlich gefällt der Antrag insofern gut, weil er halt eben den Wunsch des verbliebenen Landesparteitages ausdrückt. Wir als Vorstand können natürlich auch so einfach Leute einstellen. Dafür sind wir ja gewählt. Aber das wäre einfach ein schönes Zeichen, mit dem wir halt eben wissen, dass die hier anwesenden Piraten halt eben der Meinung sind, dass wir das auch so tun sollen. Das ist auch eine Verständnisfrage. Du hast ja Modelle aufführt, wie Minijob, kurzfristige Beschäftigung. Hast du absichtlich zum Beispiel Selbstständigkeit weggelassen? Oder wäre das zum Beispiel auch ergänzbar? Das wäre in meinen Augen ergänzbar. Ich sage mal, ich weiß jetzt nicht, ob externe Firmen, kann der Vorstand sowieso jederzeit beauftragen. Ich weiß, ich kenne mich im rechtlichen Bereich mit Freiberuflern nicht so aus, welche Verpflichtungen der Auftraggeber im Bereich Sozialleistung eventuell hat oder nicht. Also ich sehe da keine Probleme. Es ging hier in erster Linie darum, dass man nicht wieder feste Arbeitsverträge abschließt, wie beispielsweise mit unserer Landesgeschäftsstellen mit Erweiterung. Also ich werde den Antrag ablehnen, da er mir doch ein wenig Flexibilität nimmt, aus meinen Augen. Es hindert uns aber trotzdem nicht, es trotzdem zu machen. Also es hindert uns als Vorstand nicht, es trotzdem zu machen. Ja, ich bin auch der Meinung, dass der Vorstand kann das einfach machen, ohne einen Parteitagsbeschluss. Und in der vorliegenden Form schließt es nicht nur die Selbstständigen aus oder schließt sie doch ein, aber benennen sie die nicht explizit, sondern auch die Studentenjobs werden nicht erwähnt, die ja auch nie sozialversicherungspflichtig sind, aber keine Minijobs sind, sondern eben bis 20 Stunden oder 20 Stunden die Woche auch noch vorhanden sein können. Also grundsätzlich, wenn man das verstehen kann, die durch Dritte ausführen zu lassen, wäre ich dafür. Aber es ist relativ einschränkend und ich glaube nicht, dass es dafür einen Parteitagsbeschluss braucht. Weitere Fragen, Anmerkungen? Das sieht nicht so aus, du hast das Schlusswort. Ich denke mir, die Argumente sind ausgetauscht. Die Frage ist, welche Wahrscheinlichkeiten sind für die einzelnen Sachen da? Also für die Freiberufler, denke ich mir, gab es keine Probleme. Der Bereich Studenten ist wieder eine andere Geschichte, habe ich nicht berücksichtigt. Aber okay, wenn es daran scheitern soll. Ich sehe bei uns in der Mitwirkung nicht unbedingt irgendwelche Studenten, aber entscheidet selbst, denkt selbst, entscheidet selbst. Das ist mein Vorschlag an euch. Okay, wir kommen jetzt erstmal zur Abstimmung. Wer stimmt dem Antrag zu? Der zeigt die grüne Karte, wer lehnt den ab, zeigt die rote Karte. Damit ist der Antrag abgelehnt. So, dann brauchen wir nochmal ganz kurz den Antragsteller, also Knut nochmal, weil wir hatten gerade eben im Vorfeld gesagt, dass der Zehner damit im Zusammenhang hängt, also das, was mit dem Restbudget passiert, aber der Zwölfer hängt ja auch damit im Zusammenhang. So, wie ich das lese, oder ist der unabhängig davon? Wie siehst du das? Das eine ist für das Jahr 2015, das andere ist für das Jahr 2016. Aber die sind also beide in Abhängigkeit und beide hinfällig, oder? Nein, es ist nicht abhängig, weil das Budget selber, es geht hier nur um Personalkosten. Also du möchtest die trotzdem behandelt haben, die Zehner und den Zwölfer. Dann bleib mal gleich hier, dann machen wir mit den... Es geht darum, dass der Landesvorstand auch die Möglichkeit hat, Personal einzustellen und dafür ein relativ kleines Budget vom Landesparteitag hier zur Verfügung gestellt bekommt. Ich denke mir, im Ermessensbereich des Vorstands ist die Budgethocherheit, das heißt, das Ding kann aufgestockt werden. Aber ich finde es sinnvoll, dass der Landesparteitag hier durchaus das Mandat erteilt, das Geld für anzustellende Leute auch vorhanden ist. Okay, das obligatorische Meinungsbild. Wer könnte sich vorstellen, dem Antrag zuzustimmen, beziehungsweise abzulehnen? Okay, bei so gut, wir können eher tendenziell negativ das Meinungsbild fragen. Ich habe eine Verständnisfrage. Verstehe ich den Antrag so richtig? Der Vorstand wird von uns angewiesen, ein Budget einzustellen. Jetzt hat er zwei Möglichkeiten. Er stellt jemanden ein und nutzt dieses Budget aus oder überschreitet es, weil er noch mehr bereitstellt oder er stellt niemanden ein, das Budget ist blockiert. Was würde das dann bedeuten, wenn er, also das gibt ja auch gar nichts vor, außer das Budget blockiert ist für den Fall das, richtig? Nein, es ist eine Entscheidung vom Vorstand, Personal einzustellen. Aber wenn ein Votum vom Landesparteitag da ist, wird dieses Geld, so denke ich, einfacher abgerufen, weil der Landesparteitag als oberstes Gremium schon das Okay dafür gegeben hat. Das heißt, der Rechtfertigungsdruck, Geld für Personal auszugeben, ist nicht mehr in diesem Maße vorhanden. Und deshalb ist auch meine Intention gewesen, dem Vorstand sozusagen ein bisschen, ich sage mal, es ein bisschen einfacher zu machen, Leute einzustellen. Rotter? Eine rhetorische Frage, deswegen stehe ich hier. Warum brauchen wir, also ich habe immer noch nicht verstanden, warum brauchen wir einen Parteitagsbeschluss dafür? Kann der Vorstand das nicht allein? Selbstverständlich bist du ohne einen Beschluss entsprechend genauso frei, jemand einzustellen oder nicht oder ein entsprechendes Budget zu beschließen. Aber wir kennen uns alle selber und wir wissen auch gerne, wie gerne wir uns gegenseitig kritisieren und gegebenenfalls auch so viel Geld für nichts und wieder nichts rausgeschmissen. Also das sind ja alles durchaus Argumentationen. Und es geht einfach darum, wenn jetzt ein Landesparteitagsbeschluss da ist, dass dafür Geld zurückgestellt wird, denke ich, wird die Entscheidung, das Geld auszugeben, nicht mehr von so einem großen Rechtfertigungsdruck vorhanden sein. Also dass der Rechtfertigungsdruck wegfällt. Das ist meine Intention, damit ihr als Vorstand den Rücken frei habt. Du hast eine Verständnisfrage? Knut, das Wort mindestens verstehe ich nicht ganz. Also wenn zum Beispiel jemand zum 1.7. eingestellt wird, dann wären ja nur 3.800 nötig. Nein, die Frage ist, wie viele Leute stellst du ein, wenn die Arbeit erst ab dem 1.7. anfällt. Es ist sinnvoll, dieses Budget auch für mehrere Leute in dem Zeitraum bereitzustellen, wo wirklich Arbeit gemacht werden muss. Aber es geht einfach darum, dass diese Versammlung hier dem Vorstand den Entscheidungsdruck wegnimmt. Keine Wiederholungen? Du hast eine Verständnisfrage? Frage. Bezahlte Helfer kosten Geld. Das verstehe ich. Bisher sind unsere... Andere Frage. Andere Frage. Gibt es konkrete Beispiele für das Jahr 2016 für befehlte Helfer, die nicht von bisherigen Budgetplanungen oder gegebenenfalls Planungen gestellt werden, vom Forschern selber eingereicht werden können, ohne dass der LBT das empfiehlt? Meines Wissens nach ist eine Budgetplanung für 2016 nicht erstellt worden. Okay, Pavel. Frage an dich, so halb rhetorisch. Wir hatten jetzt zum Beispiel einen Antrag, der sich damit beschäftigt hatte, ein Konzept für Verwaltungstätigkeiten etc. pp. zu erstellen. Das hätte ja unter Umständen auch beinhalten können, dass eventuell bestimmte Teile bezahlt werden. Jetzt gibt es ein solches Konzept und auch einen Auftrag zur Erstellung eines solchen Konzepts nicht. Du forderst hier aber eine relativ konkrete Summe. Auf welcher Basis soll denn hier jetzt eine Mitgliederversammlung beschließen, eine abstrakte Summe für abstrakte Tätigkeiten einzustellen, bei denen nicht klar ist, wofür soll das aufgewandt werden und zu welchem Zweck? Da das eine rhetorische Frage und keine Verständnisfrage ist, kannst du jetzt leider nicht antworten. Ja, sorry, hätte sich ans andere Mikrofon stellen müssen. Dich hatte ich gerade nicht verstanden, ob du jetzt einen Geohrentrag hattest oder nicht. Geohrentrag auf Meinungsbild. Du darfst ihn selbst formulieren, weil ich ihn nicht ganz verstanden habe. Ich hätte gerne ein Meinungsbild bezogen als zunächst nur von den hier anwesenden Vorständlern, ob sie denn durch diesen Antrag den Rücken frei haben möchten, na oder nein. Es tut mir leid, das Meinungsbild ist in der Form nicht gültig, denn ein Meinungsbild kann nur an die gesamte Versammlung und nicht an einzelne Personen der Versammlung gestellt werden. Aber wenn jetzt zufällig die Vorstandsmitglieder eine rote oder grüde Karte hochhalten, wenn sie der Meinung sind, dass sie durch einen solchen Antrag den Rücken frei gehalten haben wollen, dann ist das eine Sache, die passiert. Oder halt auch nicht. Okay. Also ich persönlich würde diesem Antrag nicht zustimmen wollen. Das hat einen ganz einfachen Grunde. Wir können als Vorstand selber beschließen, ob wir das machen wollen oder nicht. Wenn wir das als Landesparteitagsbeschluss haben, müssen wir es bereitstellen. Wir haben dann 7600 Euro oder wie viel wir dann zurückstellen in einem Budget fest. Das heißt, für 2016 ist dieses Geld nicht verfügbar. Wenn wir als Vorstand diesen Beschluss fassen, können wir ihn immer noch verändern oder auflösen. Wenn das der LPT beschließt, ist diese Summe definitiv erst mal bis Ende 2016 nicht für andere Mittel zu verwenden. Und da sehe ich halt eine Problematik, weil ich halt im Moment auch nicht sehe, wo wir diese 7600 Euro hin also ausgeben würden. Weitere Fragen oder Anmerkungen? Sieht nicht so aus. Du hast die Möglichkeit eines Schlusswortes. Jawohl. Weil bei der jetzigen Finanzlage sehe ich die Problematik nicht, wenn 7600 Euro über 2016 gebunden sind. Aber es hat sich, jetzt bin ich mal der ganz böse Troll, gezeigt, dass der Vorstand im Prinzip das Ganze nicht will, weil er selber alles machen kann. Naja, ich weiß, was ich daraus lerne und ziehe den Antrag zurück. Danke. Möchte jemand den Antrag übernehmen? Das ist nicht der Fall. Also ist der Antrag X12 zurückgenommen. Und wir kommen zum Antrag X14. Noweb bitte einmal auf die Bühne. Er hat vorher einen GEO-Antrag, sagt er. Dann teile ihn uns bitte mit. Einen GEO-Antrag auf Einholung eines Meinungsbildes, um den Knut ein wenig zur Seite zu springen. Ich möchte gerne die Versammlung fragen, ob Sie der Intention von Knut, dass der Landesvorstand Mittel bereitstellt, um Tätigkeiten, die nicht durch Freiwillige abgedeckt werden können, bezahlen darf. Das ist ja letztlich die Intention, die der Knut hat. Ich möchte gerne dazu ein Meinungsbild haben, das ist kein Beschluss, aber da hat der Vorstand auch im Prinzip ein Meinungsbild, um zu wissen, wie denn die Versammlung die eigentliche Intention bewährt. Okay, also ein Meinungsbild. Wer ist prinzipiell der Meinung, dass der Vorstand Personalkosten zur Verfügung stellen kann? Bitte die grüne Karte. Und wer prinzipiell dagegen ist, bitte die rote Karte. Könnte, sollte, konjunktiv, ja. Sollte. Okay. Also, ich teile dem Antragsteller mit, dass das Meinungsbild eindeutig positiv ist. Okay, dann bitte dein Antrag. Ja, ich mache es kurz. Die Nutzungsbedingungen für die OwnCloud sind analog zu denen des E-Mail-Servers. Er ist entstanden aus Hessen IT und dem letzten Landesvorstand und hat auch denselben Malus wie die Nutzungsbedingungen für die E-Mail-Server, dass die Alias-Regelung nicht enthalten ist, die wir aber, auch dieser Antrag so formuliert ist, dass er danach eine Landesparteitagsbeschlussbefreiung beinhaltet, die derzeit, sofern wir sie dann eingeführt haben, hinzufügen könnten, ohne einen neuen Landesparteitagsbeschluss dafür zu brauchen. Der rechtliche Teil und auch der allgemeine Teil sind eigentlich ähnlich geschrieben, Copy-Paste. Der neue Vorsitzende habe ich darauf hingewiesen. Da standen auch E-Mail-Dienste drin, das ist jetzt Cloud-Dienste. Und ansonsten, dass wir diese OwnCloud anbieten und auch jedes hessische Mitglied dort einen Zugang haben kann, genauso wie Untergliederung, Abgeordnete und so weiter und so fort. Okay, wir kommen zum obligatorischen Meinungsbild. Wer könnte sich vorstellen, diesen Antrag anzunehmen? Der hebe bitte die grüne Karte, wer nicht, der bitte für rote. Für das Protokoll, das Meinungsbild ist sehr stark positiv. Dann kommen wir zur Aussprache. Bei Verständnisfragen oder Anmerkungen bitte an die entsprechenden Mikrofone. Ich sehe aktuell keinerlei Bewegung im Raum. Falls jemand doch noch das Bedürfnis hat, möge er sich zu erkennen geben. Das ist nicht der Fall. Damit hast du das Recht auf dein Schlusswort. Verzichtest du drauf? Dann kommen wir zur Abstimmung. Wer stimmt diesem Antrag zu? Bitte die grüne Karte. Wer ihn ablehnt, bitte die rote Karte. Dann ist der Antrag mit einer Gegenstimme angenommen. Okay, dann machen wir das noch. Dann bitte ich dich, deinen Antrag vorzustellen. Ganz kurz für das Protokoll, das ist der Antrag X15. Ja, ich habe es ja auf der PPH schon angekündigt, dass wir durch so eine Protestnote als Antrag einreichen möchten, weil eigentlich Korrekturen oder Veränderungen, Verbesserungen am virtuellen Meinungsbild im demokratisch-politischen Diskurs und nicht vor Schiedsgerichten geführt werden sollten. Und auch wurde ja teilweise Begründungen geliefert, die einfach vollkommen absurd sind, weil sie die gelebte Praxis in Hessen widersprechen und auch das Wirt und Meinungsbild seit dem Landesparteitag 2009 in Frankenberg immer wieder zwei Drittelmehrheiten genommen hat und somit eigentlich fester Bestandteil unseres hessischen politischen Alltags ist und das auch gestern der Landesvorstand bei seinem Rechenschaftsbericht auch nochmal explizit betont hat. Und ja, deswegen will ich auch gerne mal hier ein Zeichen setzen, dass dieser Bullshit endlich aufhört. Danke. Dann kommen wir wieder zum Meinungsbild. Wer könnte es sich vorstellen, diesem Antrag zuzustimmen? Bitte grün. Wer es sich nicht vorstellen könnte, bitte rot. Das Meinungsbild ist sehr stark positiv. Wir kommen zur Aussprache und Fredo hat eine Verständnisfrage. Nö, hat er nicht. Protter hat eine Verständnisfrage. Sehe ich das richtig, dass es ein Schaufensterantrag ist? Da hast du ganz recht. Das ist reine Symbolpolitik, wie sie in Kreistagen und Stadtverordnetenversammlungen, wo wir ja hinwollen, im März überall gelebt wird und wir es hiermit wunderbar praktizieren. Fredo, dann darfst du jetzt mit deiner Einmerkung. Ich werde mich bei dieser Abstimmung aus Gründen enthalten. Man weiß ja nie, wann man wieder mal was auf dem Tisch hat. Ich möchte aber schon darauf hinweisen, dass die Möglichkeit, die Schiedsgerichte anzurufen, eine ganz elementare ist. Und wenn der Antragsteller das Gefühl hat, dass das hier missbraucht ist, dann ist das ja auch Aufgabe der Schiedsgerichte, das zu tun. In der vorliegenden Konstellation gab es da halt noch Dinge, die mich in meinem Vertrauen gemein in die Schiedsgerichte ein bisschen irritiert haben. Ich gehe aber, die Situation ist inzwischen ja bereinigt. Also mein eigentlicher Punkt ist, das Klagerecht an sich ist wichtig und im Sinne des Minderhaltenschutzes könnte so etwas Ähnliches auch mal benutzt werden, wenn einer berechtigte Anliegen hat, die absolute Minoritätsmeinungen sind. Insofern wäre ich vorsichtig, aber wie gesagt, ich enthalte mich da. Christian, hast du dich entschieden, ob du eine Frage oder eine Anmerkung hast? Eine Verständnisfrage. Würdest du es für sinnvoll erachten, wenn wir mit einem VMB darüber abstimmen, ob wir das machen sollten? Also Ergänzung, du kannst ja aufgrund der Satzung, hast du das Recht, ein VMB zu beantragen. Insofern wäre es interessant zu wissen, was passiert, wenn die Satzung mit dem LSG-RLP... Wir können gerne auch beides machen, also den Parteitagsbeschluss, um die Symbolepolitik für die Kommunalpolitik zu üben und danach nochmal ein VMB. Aber um Fredo abzuholen, ich habe es ja auch im ersten Absatz drinstehen, dass das Klagerecht essentiell ist und auch bei berechtigten Anliegen und begründeten Anliegen auf jeden Fall wichtig ist. Gerade auch im Sinne der Gewaltenteilung, die wir in demokratischen Staaten zum Glück haben. Und da bin ich vollkommen bei, Fredo. Aber wenn die Dinge halt wahr jeder Realität oder Einsicht geführt werden, dann ist es halt Bullshit. Und dann nehme ich mir das Recht auch aus, es als Bullshit zu bezeichnen. Okay, deine Anmerkungen? Also Schiedsberichtsurteile sind natürlich schon wichtig und müssen Beachtung finden. Aber ich finde einfach, ein Beschluss über diese Protestnote ist einfach zu viel der Beachtung. Okay, kommen, sind noch weitere Fragen oder Anmerkungen? Das sieht aktuell nicht so aus. Falls das doch der Fall ist, bitte jetzt deutlich zu erkennen geben. Schlusswort möchtest du nicht? Dann kommen wir hier mit zur Abstimmung. Wer diesem Antrag zustimmt, erhebt bitte die grüne Karte und wer ihn ablehnt, bitte die rote. Damit ist der Antrag mit zwei Gegenstimmen angenommen. Und jetzt passt Lebert.